Jo moine Leute, herzlich willkommen zum 12. Spieltag mit den Predictions der Google Pixel Frauen Bundesliga für die Saison 2023-2024 am 12. Spieltag. Los geht's. Alle Spieler live auf der Saison und beim Agenda Sport. Heute um 18.30 Uhr. MSV Duisburg und TSG 1899 Hoffenheim spielen Spektakel 3 zu 3. Dann morgen um 12 Uhr. Die Frauen des RB Leipzig spielen gegen 1. FC Köln mit 1 zu 2 für die Kölnerinnen. Herzlichen Glückwunsch. Dann. Übermorgen. Äh, dann um 14 Uhr. SV Werder Bremen gewinnt gegen 1. FC Nürnberg. 6 zu 1. Dann. Übermorgen um 14 Uhr. Bayer 04 Leverkusen und die Bölfinnen vom VfL Wolfsburg spielen 1 zu 1. Dann um 18.30 Uhr. Eintracht Frankfurt Rennen spielen gegen SGS Essen 0 zu 0 und entschieden. Und um 15 Uhr. Und am Montag um 19.30 Uhr FC Bayern München gegen SC Freiburg. Und das Ganze geht 5 zu 1 aus für die Münchnerinnen. Herzlichen Glückwunsch. So, das war's vom 12. Spieltag mit den Predictions der Google Pixel Frauen Bundesliga für die Saison 2023-2024-Predictions. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Dornchen nach oben da. Vergesst kein Abo. Dann nehme ich das Glöckchen. Das nicht vergessen, sagt die Wien. Dann verpasst ihr keine Benachrichtigungen auf diesem Channel. Bis dann, gut geht's. Ciao.